Hallo, hier ist euer innerer Schweinehund aus Altena. Heute sind wir hier live bei den Germany's Next Top-Muppels. Ja, wie bekämpft ihr denn euren inneren Schweinehund? Hey, wie bekämpft ihr euren inneren Schweinehund? Ja, wenn ich eine Figur wie eine Maggi-Flasche hätte, würde ich da jetzt auch keine Antwort drauf wissen. So, wen haben wir denn hier noch? Hier stehen sie jetzt alle. Unsere schönen Rinder. Äh, Kinder natürlich. Oh, guck mal, wen haben wir denn da? Oh, Mann, du hast dein Gesicht wie ein Bremshügel. Aber naja, wollen wir mal tolerieren hier heute. So viele Leute sind hier heute. Entschuldigung, wir sind ja heute bei Germany's Next Top-Muppel. Warum bist du hier? Stimmt nicht, um das zu wehren. Ah, eine Frage. Wie bekämpfst du denn... Ah! Eine Hand. Sprich mit der Hand, sagt Arnold. Okay. Ja, wen haben wir denn hier? Hallo, das ist mein Top-Model hier. Nicht dieses Top-Muppels hier. Mal gucken, was heute hier noch passiert. Mit diesen ganzen Gesichtern. Und defamierten hier. Bis bald, euer innerer Schweinehund. Mal gucken. goofچ. Willhemaattiehund. Absolut. Kann ich ja nie bei mir, dass... Tag. ólпол reason? иногда schon hear36. Ingat. Of... Assobright.